Auf der Suche nach anspruchsvollem Hörbuchgenuss? Dann empfehle ich Ihnen folgenden Reisebericht einer Kreuzfahrt um die Erde. Hier eine kurze Leseprobe. 27. Februar. Fremantle und Perth, Australien. Noch versteckt sich die Sonne tief hinter dem Horizont, färbt den Himmel Bernsteinfarben bis Orange. Es ist morgens kurz nach 6 Uhr. Pilotboote geleiten unser Schiff in das recht schmale Hafenbecken von Fremantle, einer Hafenstadt im westlichen Australien. Das schmale Hafenbecken ist gleichzeitig der Mündungsbereich des Swan River, welcher durch Perth fließend in Fremantle in den Indischen Ozean mündet. Beide Städte liegen etwa 19 Kilometer auseinander. Aber alle Schiffe, die Perth anlaufen, legen hier im Hafen von Fremantle an. Fremantle ist eine kleine Gemeinde mit knapp 8000 Einwohnern und dem wirtschaftlich so wichtigen Hafen. Will man von unserem Liegeplatz in Fremantle nach Perth, dann gibt es die Möglichkeit, vom nahegelegenen Bahnhof mit der Schnellbahn zu fahren oder mit der Fähre den Swan River hoch bis nach Perth zu schippern. Das zuständige Fährterminal ist von unserem Anlegeplatz in gut 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. Als wir an diesem Morgen aus der Kabine schauen, läuft gerade das deutsche Kreuzfahrtschiff Albatross in den Hafen von Fremantle ein und macht unmittelbar vor unserer Deliziosa fest. Die Albatross ist bekannt aus der TV-Dokumentation »Lust auf Meer«, in der man ebenfalls von einer Weltreise berichtete, ähnlich unserer Route. Vor unserer Reise schauten wir uns diese Fernsehserie immer gerne an, nicht zuletzt wegen des sympathischen Kapitän Hansen. Ob Kapitän Hansen auch bei dieser Reise die Albatross steuert? Bei strahlendem Sonnenschein verlassen wir unser schwimmendes Zuhause und möchten mit der Fähre nach Perth fahren. Der Weg zum Fährterminal erweist sich als ziemlich öde und führt nur an einer Hafeneinzäunung entlang, welche stark an eine eingezäunte Strafkolonie erinnert. Später öffnet sich das Maschendrahtgehege und man erreicht den alten Hafen. Die Hafenschuppen sind weitgehend erhalten und beinhalten heute Outlet-Stores, Gastronomie und andere Gewerbe. Ein kleines, modernes Hafenterminal weist darauf hin, dass von hier zahlreiche Fähren zu verschiedenen Zielen aufbrechen. Leider sind wir an diesem Morgen zu früh für die erste Fähre und hätten noch über eine Stunde warten müssen. Außerdem soll die einfache Fahrt nach Perth 25 Dollar pro Person kosten. Das war uns dann doch zu teuer. Und so marschierten wir zurück zum Bahnhof. Auf dem Weg dorthin treffen wir an der Cliff Street auf eine Skulptur der australischen Bildhauer Tony & Ben Jones. Southern Crossing, so der Titel der zweiteiligen Bronze. Sie zeigt in Lebensgröße einen gerade angekommenen Einwanderer und einige Meter entfernt einen australischen Dingo. Das Tier steht dem Einwanderer in Drohhaltung gegenüber. Der Ankömmling, seinen Koffer mit all seinen Habseligkeiten tragend, steht der Konfrontation mit dem Dingo etwas ratlos gegenüber. Die künstlerische Aussage wird schnell klar. Hier beschreibt der Künstler die Hoffnung und die Bedrohung eines neuen Lebensabschnitts in einer neuen Welt. Das Ensemble steht mitten auf dem Bürgersteig und man wird beim Vorbeigehen hautnah in die Situation eingebunden. Sehr beeindruckend. Die einfache Fahrt nach Perth kostet mit der Schnellbahn 3,60 Dollar und die Bahnen pendeln im 15-Minuten-Takt. Man kann praktisch nichts falsch buchen oder sich verfahren, da es nur diese eine Linie von Fremantle nach Perth gibt. Die Bahn ist top sauber, keine Schmierereien, kein Vandalismus. Als wir mit der fast leeren Bahn losfahren, fällt uns ein älteres Ehepaar mit Koffern und Aufklebern der Albatross auf. Beide berichten auf Nachfrage, dass besagter Kapitän Hansen heute in Perth zusteigt und die Albatross für den Rest der Weltreise steuern wird. So klein ist die Welt manchmal. Das ältere Paar hatte nur eine Teilpassage bis Perth gebucht und hier ausgeschifft. In Perth angekommen, entsteigen wir einem quirligen, modernen... Ihnen hat die kurze Hörprobe auch gefallen? Dann empfehle ich Ihnen das spannende Gesamtwerk mit 8 Stunden höchstem Hörbuchgenuss. Titel Kreuzfahrt, Traum oder Albtraum von Michael Zilz. Erhältlich als Hörbuch bei Audible und Amazon. Er pipes bei Audible und Aus switch zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020